Rund 113 Millionen Euro haben die Deutschen 2009 für ihr Silvesterfeuerwerk ausgegeben. Und das trotz Krise. Auch in diesem Jahr rechnet die Wirtschaft mit einer ähnlichen Summe. Zumal die Hersteller mit zahlreichen Neuheiten locken. Dank neuer Effekte, verbesserter Brenndauer und mehr Treib- und Leuchtmittel soll das Silvesterfeuerwerk noch spektakulärer werden. Der dreitägige Verkauf von Feuerwerksartikeln der Kategorie 2 startet am 29. Dezember. Käufer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Der Namenspatron des 31. Dezember, Silvester, gilt übrigens als Schutzheiliger für Haustiere und für ein gutes neues Jahr. Und mit lauten Krachern zum Jahreswechsel sollen dem Brauch nach böse Geister vertrieben werden. Ja, und dass Raketen ordnungsgemäß abgeschossen werden, dafür sorgen unter anderem die Landratsämter. Und vom Unterallgäuer Landratsamt begrüße ich heute Kreisbrandrat Franz Gaum. Herzlich willkommen bei uns. Hallo, grüß Gott. Ja, fangen wir gleich mal an mit dem Unterallgäu, beziehungsweise im Speziellen die Stadt Mindelheim. Wie sieht es denn da mit dem Raketenschießen aus? Ja gut, im Großen und Ganzen darf man natürlich in Mindelheim Raketenschießen wie überall. Aber die Stadt hat ein Verbot erlassen, und zwar in der Mindelburg oben, weil es doch ein altes historisches Gebäude ist mit entsprechenden Brandlasten und mit großen Schwierigkeiten, wenn hier mal was wäre. Deshalb gilt hier eben dieses Verbot. Okay, das heißt also, historische Gebäude müssen ein bisschen geschützt werden. Gilt das ganz allgemein generell fürs Raketenschießen auch? Ja, das gilt auf jeden Fall auch fürs Raketenschießen, weil wir müssen ja daran denken, so Raketen haben ja schon einige Kraft in sich, und da muss man schon aufpassen, was da passiert. Wo darf geschossen werden, wo darf nicht geschossen werden? Ja, vor allem nicht geschossen werden darf in Kinderstätten, Altersheimen, in Krankenhäusern, in Kirchen. Also all diese Einrichtungen, Institutionen, da ist es verboten, in der Nähe, im Umkreis überhaupt zu schießen. Und wenn wir sagen im Umkreis, dann reden wir im Normalfall von ungefähr 200 Meter. Das ist so die Strecke, die man so annimmt. Neu sind auch Fachwerkhäuser, oder? Neu sind auch Fachwerkhäuser, weil ja gerade Fachwerkhäuser einen alten Bestand haben, die auch natürlich von der Brandlast her sehr schwierig sind für die Feuerwehren zu löschen, natürlich auch entsprechend gut brennen, leider Gottes. Und das wurde neu ins Gesetz aufgenommen. Ganz unabhängig vom Ort, wo Raketen abgeschossen werden sollen oder nicht dürfen, sind natürlich auch die Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, worauf sollte man achten? Jemand, der den Jahreswechsel mit Raketen feiern möchte, worauf muss der achten? Ja, er muss natürlich in allererster Linie darauf achten, dass er die Gebrauchsanweisung richtig liest. Weil wenn mal der Bruder Leichtsinn einkehrt, dann kann schon schnell mal was passieren. Und wenn man eben sich daran hält, dass es funktioniert, dann funktioniert es wirklich gut, dass man sagen kann, jawohl, das sind die Vorschriften, hier mache ich so. Und dann sind wir eigentlich schon auf der sicheren Seite. Stichwort Alkohol vielleicht, alkoholisiert? Ja, alkoholisiert, das ist natürlich ein Grundsatz, den man sich immer beherzigen muss. Weil mit Alkohol und Sprengstoff, das funktioniert nicht. Also lieber ein Tröpfchen weniger trinken an Silvester. Oder vielleicht warten, bis die Schießerei vorbei ist und erst dann. Aber auf jeden Fall, vorher sollte man den Alkohol weglassen. Was können jetzt Anwohner tun, um ihr Eigenheim, ihre Wohnung, ihren Balkon zu schützen? Ja, es gibt ein paar einfache Dinge. Die Fenster natürlich schließen, die Türen schließen, auch Tore oder gerade bei landwirtschaftlichen Anwesenden Lücken. Man sollte auch die Dachfenster nicht vergessen. Also wenn man hier das alles geschlossen hat, schaut es schon ganz gut aus. Und wenn man dann vielleicht noch auf Terrassen oder Balkonen die brennbaren Materialien wegräumt, dann ist man also ziemlich auf der sicheren Seite. Im Moment spielt ja auch das Wetter für uns. Wenn man jetzt Raketen kaufen möchte, Feuerwerk kaufen möchte, das geht in den nächsten paar Tagen jetzt los. Worauf sollte man denn da achten? Ja, ganz wichtig ist natürlich, dass nur Raketen gekauft werden, die durch diese Bundesanstalt für Materialprüfung einfach geprüft worden sind. Das ist eine wichtige Voraussetzung, weil wenn man das hat, dann weiß man zumindest, das sind ganz legal zu erwerben, die Raketen. Und von allen anderen Dingen, diese ausländischen Raketen, Kracher, was es alles gibt, da sollte man die Finger möglichst weglassen. Gibt es da Problemländer? Ja, es gibt schon welche. Also wir wissen es beispielsweise von Spanien, dass die enorm große Sprengkraft haben. Wir wissen natürlich auch von Ostländern, dass hier also gewisse Raketenbölle rüberkommen. Also hier größte Vorsicht. Also lieber auf das Siegel setzen und vielleicht auch ein paar mehr Euro investieren? Ja, wie immer. Etwas Qualität kostet etwas mehr Geld und ich denke, das zahlt sich hier auf jeden Fall aus. Gibt es da eine Menge, die man kaufen darf oder die man abschießen darf? Ja, wir reden so von haushaltsüblichen Mengen. Was ist haushaltsüblich? Sie müssen denken, diese Raketen dürfen Sie ja nur in einer Nacht praktisch abschießen. Und das ist dann sicherlich übersichtlich. Und denken Sie auch daran, wenn zu große Mengen sind und es wäre wirklich mal was, es würde wirklich was passieren, dann hätte es die Feuerwehr ja mit einem Sprengstoffeinsatz zu tun und das wäre alles andere als gut. Stichwort, es passiert vielleicht etwas. Wenn tatsächlich was passiert, wer zahlt denn dafür? Ja, dafür sollte natürlich die entsprechende Versicherung aufkommen, wobei die entsprechende Versicherung, ich bin nicht der Versicherungsspezialist, aber es gibt, je nachdem, wenn ich einen Personenschaden irgendwo anrichte, dann ist es meine Haftpflicht. Wenn es um ein Haus geht, dann ist es die Gebäudeversicherung. Wenn ich ein Tischfeuerwerk anzünde und es passiert, was ist die Hausrat? Also das muss man dann von Fall zu Fall prüfen und schauen, welche Versicherung hier mit in Frage kommt oder welche einspringt. Man muss aber auch aufpassen bei grober Fahrlässigkeit oder sowas, dass vielleicht der Regress kommt. Aber da sollte sich derjenige am besten mit seiner eigenen Versicherung auseinandersetzen. Was ist abgedeckt und wie ist es abgedeckt? Zum Schluss noch eine Frage. Wie sieht es bei Ihnen mit Feuerwerk aus? Feiern Sie Silvester mit Feuerwerk? Das war einmal. Solange die Kinder nicht volljährig waren, hatten wir natürlich auch Feuerwerk, weil klar, was gibt es Schöneres für Kinder als entsprechend zu krachen und Raketen zu schießen. Aber jetzt sind sie alle volljährig und somit ist für mich Feuerwerk erledigt und wir betrachten es in aller Ruhe und hoffen natürlich, dass wir nicht ausrücken müssen. Nicht ausrücken, Stichwort Kreisbrandrat. Sie sind natürlich auch Feuerwehrmann und hoffen auf ein ruhiges Silvesterfest. Ja, das hoffen wir und wenn wir dann doch gefragt werden und gebraucht werden, dann kommen wir auch. Also von der Sicht her sind wir auf jeden Fall da. Vorbereitet. Herr Gaum, vielen Dank, dass Sie bei uns zu Besuch waren. Ich wünsche Ihnen natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Es sind noch ein paar Tage hin und alles Gute für 2011. Ja, das gleiche wünsche ich Ihnen auch und dann hoffen wir, dass wir den Jahreswechsel so über die Bühne bringen, dass wir im neuen Jahr gemeinsam glücklich oder zufrieden sind. Herr Gaum, vielen herzlichen Dank und damit gebe ich ab in die Werbung. Herr Gaum, vielen herzlichen Dank.